Hallo Leute und herzlich willkommen zu WEWEI Heute ist die 8. Folge, die kommt heute recht spät raus mit Skywama Aber ähm ja, bis gleich Ähm, 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 so So, dann wollen wir mal direkt loslegen Wir bekommen 4 qualifizierte Nee Ja gut Qualität, Urlauber Wir haben 224 Aktivitäten abgeschlossen 53 Wünsche erfüllt 5266 Muscheln eingesammelt Und 1248 Muscheln ausgegeben Für Unterhalt und zusätzlich noch 18 Bauer geerschaffen Na gut Das sehen wir später Wir haben ein Erfolg Sauberkeit 1,0 Wir haben wieder ein Level Up Fähigkeitspunkte Ähm, äh Halten wir Wir haben Quests erfüllt Freilos Bekommen Wir 60 XP Ähm Was ich noch machen wollte Hier Auf Modern 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 Und Du auch Modern Ihr alle Können wir leider nicht Umstellen Nur Hier Die Schade Schade Na gut Das Tun wir direkt mal Machen Und Laden Direkt Die Nächsten Urlauber Urlauber Mit ein Viertergedach Hinten Nach hinten Und Schon Sind Wir Voll Ja gut Was machen wir als nächstes Wir tun Gucken Was Renoviert werden muss Diese Liege Moment Moment Event Außerhalb Event Außerhalb So 9000 kostet Das Was Kostet 4500 So Passt Auf Ich Stell Es Erstmal Hier Hinten Die Palme Das Wenig Geld Dann Animieren Wir Die Wünsche Natürlich Die Wollen Allgemein Hinten Dann Hinten Wir Das Erfüllen Das Haben wir auch erfüllt Einmal Einmal Besondergefällig Dann Zu Eis Ziele Hinter Auch Erfüllt Und Animiert werden Ist doch ganz einfach Da Da drüben Und Zack Gut Nächste Quest Erfüllt Und Die Palme Muss Weichen Die Palme Muss Weichen Müsste Gerade Aufstoßen Pardon Die Blumen Den Tun Wir Mal Kurz Und Sichtbar machen Da ist Niemand Dahinter Noch Keine Plume Perfekt Das Geht Nämlich Auch Ein Cooles Feature Die Deko Dann Tun Wir Mal Getröst Nach Vorne Und Gebaut Hier Gehen wir Jemand Hierhin Und Und Dann Wollen Wir Mal Achso Aufgabe Erfüllt Gut Nächste Erfülle Wünsche Na gut Wie viele Wie viele Sind Erfrei Ja gut Was macht man am besten Man Man Macht Man Macht Mal Hier das Wir Wir Haben Auch Ein Erfolg Erreicht Genehmige 100 Wünsche Wünsche Hier haben wir Gar nichts Schade Und Die Meisten Sind Jetzt Animiert Was Was Kann Wir Hier Wie viel Komm Ich habe Nur Einen Hier haben wir noch Was Hier können wir noch jemand animieren Hier Wird gerne mal ein paar mehr animieren Na gut Und Und wir haben Schon wieder genügend Geld Für Noch Ein Aus Stelle ich da oben hin Dann muss Die Palme Auch Weichen Wie lange brauchen die jetzt insgesamt 21 Stunden Na gut Na gut Na gut Lassen wir mal ein paar Woher hieß das Wie war ich spielen Na gut Aloha Paradies Hotel Und Wir Gucken jetzt Mal Sammlungen 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 Kann nur noch nix Und die ist nicht so wertvoll Bis auf hier Bis auf hier Das Zelt Hier das ist wertvoll Dafür Dafür brauchen wir aber Bestimmte sachen Und Die haben wir Hier nicht Na gut Dann Schaue ich auf die uhr Und Da haben wir noch ein bisschen Zeit Na gut Bisschen weiter Müll aufräumen Die letzte zeit Die letzte zeit Passiert Nicht so viel Aber es kommt noch Es kommt noch Es kommt noch sicher Es kommt noch sicher Und hier genau Ein paar dazu Einmal freigeben Sowie Hier 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 Ist ja kaum jemand Komm Aber auch hier Und hier Und hier Ah nicht Gut So viele Wünsche Haben die hier nicht Nein Nicht wirklich Abschalten Abschalten Gut Und Spedemia Und Mal gucken Mal gucken Was man hier noch machen kann Ist ein bisschen schwierig hier die Leute Anime dazu bekommen Besonders weil die nicht so viele Wünsche auf eine Stelle haben Hier zum Beispiel Will niemand Schade Schade Ähm 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 Sorry Musste wieder aufstoßen Ähm Ich Ich Würde sagen Hier will niemand Hier auch Hier wollen ein paar Äh super Eine Person Ähm Wenn jemand Hier wieder Eine Person Hier Zwei Personen Auf jeden fall Hier noch ein paar Renovieren Wir wollen ja die Zufriedenheit halten Wie lange geht das Event noch Bis zum fünften Sonntag Sonntag Wenn ich mich nicht Ähre Das wird knapp Ich knapp Übers Wochenende Und Montag Am Dienstag Kann ich Leider nicht Aufnehmen Darum wird es auch Erstmal Die letzte Für Zumindest Bis Nächste Woche Freitag Ich glaube Ihr mögt Er mehr Skarama Mit dem Crafter Elko Schönen Gruß an dieser Stelle An den Crafter Ordentlich Schaut sich Er Sich das auch Mal An Währenddessen Tue ich Einfach mal Welt Rumklicken Und Tue hier Müll Wegräumen Und Verjubeln Mein Restliches Geld Na Gut Vielleicht Sollte ich nicht Alles rauszüppeln Aber umso Eher Hab ich Hier Mehr Schönheit Und mehr Schönheit Bedeutet Gleichzeitig Auch Mehr Zufriedenheit Und mehr Gäste Und das bedeutet Wiederum Mehr Geld Jetzt noch was Kleines Hier die Kokosnüsse Perfekt So Dann kann ich Hier glaube ich Nichts mehr Ausrichten Noch Schnell Drüber gucken Hier vielleicht Badeideen Normalen Wunsch Hier Eis Essen Miam 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 Auch lecker Uuuuuh Die Kühlbox Ist Demoliert Worten Die Muss leider Entfernt Und Es Ähm Moment kühlbox was bringt sie eigentlich wo ist sie denn da sie bringt erfrischungs getränke sandwich essen und waffel essen was haben wir hier ein snack essen erfrischende trink und hier haben wir eis essen brauchen wir eigentlich nicht mehr gut dann schauen wir grad noch schnell die bilanzen zufrieden frau zufriedenheit ist gleich geblieben hotelwerk ist ein bisschen gesunken nicht schlimm urlaub anzahl gut betten pardon vielleicht hätte ich schnell das mikro ausmachen sollen na gut das habe ich gesucht die unterhaltskosten gut die sinken schönes wochenende und wir sehen uns nächste woche ciao mit wow wow die 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 Vielen Dank.